Bonnie Strange vergessen viele, ist ja Mama und die Kleine hat erst mal eine fette Party letztens gehabt, habe ich auf Instagram gesehen, holy moly und sie hat Ohrringe gekriegt und das Coole war, Goldie war so voll relaxed, so ey, passt schon und die liebe Bonnie, die war richtig aufgeregt. Ja, die Kleine ist aber auch erst drei, da wäre ich auch aufgeregt, weiß ja nicht, wie die reagiert. Tut ja auch, tut weh, tut weh. Ja, denn die Kleine war voll abgezockt, die so, jo Bob, als nächstes, komm, machen wir noch Nasen, Bauchnabel und Arschgeweih.